ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der Cannstatt study hour für alle die nicht wissen was die Cannstatt study hour ist wir sind die gemeinschaft der siebenden tags adventisten sind eine christliche organisation und wir nehmen jede woche ein biblisches thema durch und sprechen dann am wochenende im gottesdienst darüber und dieses mal geht es um das thema eine gewinnende einstellung entwickeln das heißt nicht gewinnen im glücksspiel oder sonst was sondern gewinnen von freunden ich habe heute material mitgebracht wie auch dieses buch wir werden später darin lesen und wenn dich das thema interessiert dann bleibt doch jetzt einfach bei uns ich möchte zum beginn mit dir beten große gott ich danke dir dass uns das thema freundschaft und freunde gewinnen gegeben hast wo wir darüber nachdenken können und ich bitte dich dass du uns zusammen zu guten gedanken führst die wir in unserem leben anwenden können danke dir amen okay diese lektion wird darum gehen wie ich jetzt freunde mir aneignen kann gewinnen kann wie ich menschen ansprechen kann und wir werden das natürlich biblisch auch betrachten und zu beginn möchte ich mit euch einen vers eben auch schon in der bibel lesen das ist unser leitvers und zwar steht er in ersten petrus 3 vers 15 heiligt aber den herrn jesus christus in euren herzen seit alle zeit bereit zur verantwortung für jedermann der von euch rechenschaft fordert über die hoffnung die in euch christ ist also simpel gesagt lebe so in nach deinem herzen her dass du jesus christus ehre machst und wenn dich jemand fragt dann gibt auch rechenschaft über das was er dich gefragt hat und zwar über die hoffnung die in dir ist nun ich möchte im besonderen augenmerk auf den teil des verses legen der von dir rechenschaft fordert nicht jeder mensch möchte alles von mir wissen aber wenn er was von mir wissen will wenn er rechenschaft von mir fordert was sage ich ihm dann wie gehe ich dann auf ihn zu jesus kann in gesprächen keine grenze und zwar seine liebe war so groß dass er in gesprächen immer auf das individuum eingehen konnte und vor allem dann wenn leute ihnen was gefragt haben rechenschaft von ihm gefordert haben deswegen möchte ich mich mit dir dieses mal darum drehen wie ist deine liebe im gespräch wo hört sie auf dann möchte ich dich fragen wann bist du denn in gesprächen genervt und welche gespräche möchtest du es gar nicht führen dann die frage wann wird für dich ein gespräch zu einer freundschaft und zuletzt wie kannst du dann eine freundschaft gewinnen ich habe diese betrachtung diese dieses thema in vier tage aufgeteilt und der erste tag wäre sonntag und ich habe ihn überschrieben mit open-minded also die einstellung wie ich auf andere zugehe und empfangsbereit bin ja und dafür wollen wir uns eine biblische geschichte anschauen die in johannes 4 steht und wenn du eine bibel hast dann kannst du die auch hernehmen ansonsten ich lese eh vor johannes 4 ab vers 27 und zwar geht es hier um eine frau die aus samarien ist und jesus war mit seinen jüngern unterwegs und die frau aus samarien hat eben zu dem geschlecht der samariter gehört und die jünger waren jüdisch und mochten die samariter nicht war für die ein nicht gemochtes volk und wir lesen hier ab vers 27 und darüber kamen nun seine jünger hinzu und sie wunderten sich dass er mit einer frau redete doch sie sprach was fragst du oder was redest du mit mit mir also es sprach niemand was fragst du oder was redest du mit ihr also die jünger kommen her und haben eine barriere im kopf und sie trauen sich aber nicht zu sagen was jesus was redest du mit dieser frau und man sieht hier schon jünger jesu haben hier eine ein vorurteil ja und wären wären gar nicht offen gewesen um mit dieser frau zu reden nun bei jesus komplett gegenteilig er redet ja schon mit der frau er hat keine vorurteile vers 28 und 29 da ließ die frau ihren krug stehen und ging hin in die stadt und sprach zu den leuten kommt seht ein mann der mir alles gesagt hat was ich getan habe ist dieser nicht etwa der christus die frau war von diesem gespräch so beflügelt dass sie in ihr dorf ging und die leute darauf hinweisen wollte dass sie jemanden gefunden hat der ihr gesagt hat was sie alles in ihrem leben getan hat also ein prophet zumindest schon mal und jesus hat es also augenscheinlich geschafft dass er die frau im gespräch so mitgerissen hat dass die frau voller freude war nun wie ist es bei uns kriegen wir das hin leute im gespräch mitzureisen und glaubwürdig zu sein vers 30 da gingen sie die anderen leute aus der stadt hinaus und kamen zu ihm das heißt die frau war so eindrücklich glaubwürdig dass sie wiederum andere leute mitgezogen hat die dann auch in die stadt die dann auch außerhalb der stadt zu jesus kamen nun ich habe mir hierzu aufgeschrieben dass ein gutes gespräch resultate bringt so wie man zum beispiel einer guten predigt glaubt und dadurch neue stärke und neuen mut bekommt so ab vers 39 wollen wir ein bisschen weiter lesen es glaubten aber an ihn viele der samariter aus dieser stadt um der rede der frau willen welche bezeugte er hat mir doch alles gesagt was ich getan habe nun jetzt kommt es dazu dass andere leute die dazugekommen sind auch an jesus glauben und das nur weil ein gespräch stattgefunden hatte vers 40 als nun die samariter zu ihm kamen baden sie ihn dass er bei ihnen bliebe und er blieb zwei tage da noch schöner jesus wird jetzt eingeladen bei ihnen zu bleiben bei den freunden der samariterin ich habe gesagt dass das was man das auch ich habe gedacht dass man es auch so sagen könnte mi amigos es su amigos meine freunde sind deine freunde und jesus soll jetzt also bei den freunden bleiben vers 41 und noch viele mehr glaubten um jesu wortes willen das heißt der glaube der in der frau angefangen hat hat sich vermehrt ist auf die leute übergegangen die leute konnten jesus vertrauen glauben schenken vers 42 und sie sprachen dann zu der frau wir glauben nun nicht mehr um deiner rede willen denn wir haben selber gehört und wissen dass dieser wahrhaftig der christus ist der heiland der welt ja ich denke es kann nicht positiver verlaufen wenn man sich freunde machen möchte dass man mit einer person ein gespräch anfängt und nun glaubt schon fast das ganze dorf an die worte die gesagt wurden nun schlussendlich hatte diese sache noch weitreichendere folgen und wir wollen dazu mal apostelgeschichte 8 betrachten apostelgeschichte kommt nach den evangelien und hier wird berichtet was die jünger erlebt haben nachdem jesus in den himmel aufgefahren ist und in apostelgeschichte 8 vers 4 steht da nun die jünger dann zerstreut waren gingen sie umher und predigten das wort also die jünger führten das werk jesu weiter vers 5 philippus aber kam hinab in eine stadt in samarien und predigte ihnen christus philippus ging also als missionar nach samarien wo jesus vorher schon war und die frau vorher schon war und vers 14 als aber die apostel in jerusalem hörten dass samarien das wort gottes angenommen hatte sandten sie zu ihnen petrus und johannes interessant was lesen wir samarien hatte das wort angenommen das heißt nicht nur die freunde der frau sondern es hat sich komplett verbreitet die leute wurden offen und ganz samarien hat das evangelium angenommen nun ich habe nach jedem tag nach jeder überschrift mir einen lerneffekt aufgeschrieben und was wir hier lernen können ist sei einfach offen lass dich nicht von einer ablehnenden haltung abschrecken also die jünger haben ja die frau abgelehnt die frau hat es scheinbar erst mal nicht interessiert und umgekehrt lege auch du deine vorurteile ab und dadurch auch eine ablehnende haltung das heißt die jünger konnten niemanden zu jüngern machen weil sie eine ablehnende haltung gegenüber der frau hatten und so konnten sie die frau auch nicht erreichen das heißt empfangsbereitschaft open minded sein ist der schlüssel zu einem gespräch kommen wir zum montag ich habe es überschrieben als attitude einstellung das ist meine einstellung im gespräch mit anderen menschen und hierzu und hierzu wollen wir mal lesen was apostel paulus gesagt hat über seine einstellung zu anderen menschen und zwar lesen wir das in ersten korinther 9 ab vers 19 und zwar denn ich bin frei von jedermann aber habe mich doch zu jedermann zum knecht gemacht damit ich so viele wie möglich gewinne und den juden bin ich geworden wie ein jude damit ich die juden gewinne den die unter dem gesetz sind bin ich geworden wie unter dem gesetz damit ich die welche unter dem gesetz sind gewinne also paulus sagt von sich selber ich bin eigentlich ein freier mann aber ich habe mich auch so ein bisschen zu knechten gemacht das heißt ich bin zu den leuten gegangen die unterdrückt wurden und habe mich mit denen unterhalten und er sagt ich bin zu den juden gegangen und bin zu den juden in die in das typische milieu rein habe mich mit denen unterhalten wie sie sich unterhalten und er sagt ich bin auch denen die keine jüdischen gesetzes befolger waren bin ich auch ein gesetzloser geworden also ich habe mich auch mit den leuten die nichts mit dem glauben zu tun haben beschäftigt und gespräche gehabt vers 21 und denen die ohne gesetz sind bin ich wie ohne gesetz geworden obwohl ich doch nicht ohne gesetz bin vor gott sondern unter dem gesetz von jesus christus damit ich auch die welche ohne gesetz sind gewinne 22 den schwachen bin ich geworden wie ein schwacher damit ich die schwachen gewinne ich bin allen alles geworden damit ich auf viele weise etliche errette das heißt paulus möchte ich sagen ich habe einfach alles gegeben ich habe probiert mich mit jedem gut zu verstehen und den leuten von jesus zu erzählen nun wie war das bei den jüngern wir haben jetzt schon die begebenheit gehabt dass sie die frau aus samarien nicht annahmen und jetzt wollen wir noch eine weitere begebenheit betrachten wie sie ihre einstellung gezeigt haben wie sie ihre attitude in gesprächen mit anderen gezeigt haben und das finden wir in matthäus 15 21 bis 28 das heißt wir gehen nochmal in die evangelien matthäus 15 21 bis 28 nun es geht hier um eine frau aus kanaan und kanaan war wie samarien eine nicht respektierte gegend ein nicht respektiertes volk von den juden und hier steht ab vers 21 jesus ging weg von wo er vorher war und zog sich in die gegend nach tyros und sidon zurück und siehe eine kanaanäische frau kam aus dieser gegend und schrie und sprach hab erbarmen mein herr du sohn davids meine tochter wird von einem dämon schlimm geplagt und er antwortete ihr kein wort da traten seine jünger zu ihm baten ihn und sprachen schickt doch diese frau weg denn sie schreit uns nach er antwortete und sprach ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen schafen des hauses israel sie kam dann aber und fiel vor ihm nieder und sprach herr hilf mir aber er antwortete und sprach es ist nicht fein dass man den kindern ihr brot nehme und werfe es vor die hunde nun spricht die frau ja herr aber doch essen die hunde von den brotsamen die vom tisch ihrer herren fallen da antwortete jesus und sprach zu ihr o frau dein glaube ist groß dir geschehe wie du willst und ihre tochter wurde geheilt zu derselben stunde nun wir haben hier eine begebenheit dass eine frau aus einem nicht jüdischen volk den jüdischen jesus und seinen jüngern hinterher schreit und bittet und jesus zeigt ihr erstmal die kalte schulter warum naja wir wissen dass die einstellung die die jünger zumindest hatten war dass man nicht das evangelium oder eine christliche botschaft eine jüdische christliche botschaft zu anderen völkern bringen muss und jesus hat das hier genau so dargestellt in der situation aber die karneinäische frau hat sich nicht unterbringen lassen wir wollen über diese geschichte noch ein zitat von ellen weid lesen sie ist buchautorin und prophetin in unserer gemeinde der siebenten tagsadventisten und hier steht in dem buch des leben jesus ab seite 395 folgendes nun trifft der heiland hier eine frau aus dem unglücklichen und verachteten geschlecht der karneaniter das nichts von der gnade gottes und seinem wort weiß dennoch überlässt sich diese frau sogleich dem göttlichen einfluss jesu christi und vertraut seiner macht blind ihre bitte erfüllen zu können sie bittet um die brotsamen die von des herrn tisch fallen wenn sie schon dieses vorrecht eines hundes haben darf ist sie auch gewillt wie ein hund angesehen zu werden sie kennt kein nationales oder religiöses vorurteil keinen stolz der ihr handeln beeinflussen könnte sie anerkennt einfach jesus als ihren erlöser der imstande ist alles zu tun worum sie ihn bitte der heiland ist befriedigt er hat ihren glauben geprüft und durch sein verhalten ihr gegenüber gezeigt dass sie die man als eine ausgestoßene betrachtet nicht länger mehr ein fremdling ist sondern ein kind in der familie gottes als solches hat sie auch das recht an den glauben des vaters teilzuhaben christus erfüllt ihre bitte und beendet damit auch die belehrung für seine jünger er blickt die frau freundlich an und sagt ihr o weib dein glaube ist groß dir geschehe wie du willst von diesem augenblick an war ihre tochter gesund und der böse geist plagte sie nicht mehr die mutter aber ging dankbar und frohen herzens hinweg und bekannte jesus als ihren heiland dies war das einzige wunder das jesus während dieser reise wirkte nur um diese tat vollbringen zu können ist er nach tyros und sidon gegangen er wollte die betrübte frau trösten und gleichzeitig wollte er seinen jüngern für die zeit als er dann nicht mehr bei ihnen sein würde ein beispiel seiner barmherzigkeit an einem menschen eines verachteten volkes geben er wünschte für die jünger dass sie aus ihrer jüdischen enge und abgeschlossenheit herausgeführt werden und ihnen die freude am dienst über die grenzen des eigenen volkes hinaus geweckt werden also jesus hat sich so verhalten dass er ihr die kalte schulter gezeigt hat um den jüngern zu reflektieren zu spiegeln wie die sich eigentlich gegenüber anderen völkern verhalten und dass das nicht korrekt ist das heißt unsere einstellung ist super wichtig gegenüber menschen für vor denen wir vorurteile haben so wie am sonntag also der tag vorher schon betrachtet ist es wichtig die vorurteile die einstellung abzulegen und die leute nicht in in kisten zu stecken sondern offen zu sein nun oftmals kommt das ja daher dass wir von uns denken dass wir was besseres sind oder dass wir qualifizierter sind oder wie die jünger sich gedacht haben zu einem auserwählten volk gehören und römer 12 vers 3 sagt denn ich sag euch durch die gnade die mir gegeben ist jedem unter euch dass niemand höher von sich selber halte als sich's gebührt zu halten sondern dass er maßvoll von sich halte wie gott einem jeden das maß des glaubens zugeteilt hat das heißt jesus möchte dass wir von uns selber nicht mehr halten als wir sind sondern wir sind ein geliebtes geschöpft von gott so wie alle anderen auch und so sollten wir auch von uns denken im maß und 1. Petrus 2 ab Vers 17 sagt folgendes 1. Petrus 2 Vers 17 ehret jedermann habt die Brüder lieb fürchtet Gott ehret den König das heißt respektiere ehre jeden jedermann mach keine Unterschiede auch vielleicht von den Menschen die dir überhaupt nicht zusagen probier ihnen genauso freundlich zu begegnen Epheser 4 Vers 32 nächster Ratschlag Epheser 4 Vers 32 Ich denke das ist ein großer Schlüssel das zu verstehen wenn mir vergeben wurde von Gott für die Dinge die ich falsch gemacht habe dann bleibt mir nichts anderes übrig als anderen auch zu vergeben und ihnen freundlich zu begegnen und in diesem Anschluss möchte ich auch noch Johannes 15 Vers 5 lesen und zwar Johannes 15 Vers 5 Ich sage euch ich nenne euch hinfort nicht mehr Knechte denn ein Knecht weiß nicht was sein Herr tut euch aber sage ich euch dass ihr Freunde seid denn alles was ich von euch denn alles was ich von meinem Vater gehört habe habe ich euch kundgetan Jesus sagt du bist nicht mehr mein Knecht du bist mein Freund und das sagt er weil er uns vergeben hat also hier auch wieder zu dem Abschnitt Attitude Einstellung ein Lerneffekt und zwar investiere in Menschen Jesus hat ja auch in seine Jünger investiert die du noch nicht kennst und vielleicht auch nicht sonderlich magst gut kommen wir zum Mittwoch Mittwoch geht es um Annahme und wie ich tatsächlich Freunde gewinne nun wie nahm Jesus Menschen an Jesus hat Leuten vergeben haben wir schon gehört und Jesus ist hingegangen und hat alles was was irrelevant war was er vergeben muss hat er keine Beachtung geschenkt das heißt schlechte Angewohnheiten von Menschen das heißt wenn sie vielleicht fluchen Dinge die wo er einfach drüber hinweg blicken muss und Jesus hat auch nicht Dinge für gut geheißen die eigentlich gar nicht die die eigentlich gar nicht richtig waren oder die die Störfaktoren in Gesprächen waren aber er hat sie auch nicht sofort gerügt das heißt Jesus hat sich mit den Menschen involviert hat sich unter das Volk gemischt und hat nicht gleich den Moralapostel gespielt würde ich so sagen und dadurch haben sich Menschen angenommen gefühlt und dann wenn es an der Zeit war dann hat Jesus was gesagt merkt ein Mensch wenn er dann angenommen ist ja dass 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 er eine Verbindung zu Jesus hat dass er ein Gespräch mit Jesus hat hat dann hat er sich geöffnet dann hat er seine Vergangenheit offenbart und dann hat Jesus Einblicke auch in den Menschen bekommen natürlich wusste Jesus sowieso wie der Mensch denkt und wo er herkommt aber das ist auch ein Prinzip für uns den Menschen erstmal annehmen sich öffnen und dass er sie auch öffnet nun wir denken oft naja ich möchte mich aber nicht mit so rauchern mit fluchenden und mit schlechten Einfluss umgeben aber ich denke dass da kein Weg dran vorbeiführt wenn man Menschen aus der Welt zu Jesus bringen möchte weil Jesus hat keinen Unterschied gemacht Jesus hat es genauso gemacht er wusste sogar er kommt in die Höhle des Löwen er kommt auf diese Welt die Leute werden ihn verhassen die Leute werden ihn verfluchen anspucken werden böse auf ihn sein und er wird ihnen trotzdem Gutes tun und ich denke es ist an uns auch so zu handeln wir sollen auch in diese Löwengrube gehen und wir sollen auch Opfer bringen und das kann auch heißen dass ich mich mit jemandem ins Auto setze der permanent rock musik hört oder dass ich bei jemandem stehen bleibe zum gespräch auch wenn eine zigarette raucht und mir den rauch ins gesicht bläst und jesus ist ja noch einen schritt weiter gegangen er wurde ja sogar gekreuzigt und hat dann auch noch gesagt bitte vergib ihnen ihre schuld nun und um sowas machen zu können und um menschen wirklich gut zu begegnen braucht man natürlich tools oder sagen wir anleitung und ich habe jetzt einfach mal aus diesem buch von dale carnegie sechs tools erarbeitet die er hier aufführt und dale carnegie war einer der erfolgreichsten sprecher und leute die interviews geführt haben und also art reporter und er war obendrein auch noch christ und jetzt gucken wir uns mal die ersten sechs tools an die uns helfen können uns mit freunden uns freundschaften zu schließen nun das erste tool finden wir ab seite 84 und es lautet wer sich an anderen interessiert ist überall willkommen hier steht wer sich für andere interessiert gewinnt in zwei monaten mehr freunde als jemand der immer nur versucht die anderen für sich zu interessieren in zwei jahren das heißt interessieren wir uns für den anderen die new yorker telefon gesellschaft stellt eine genaue untersuchung darüber an welches wort in dem telefongespräch am häufigsten vorkommt sie haben es sicherlich schon erraten es ist das wörtchen ich 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 es wurde in 500 gesprächen wenn sie ein gruppenbild anschauen wen suchen sie als erstes sie suchen sich wenn wir immer nur versuchen den anderen eindruck zu machen und ihr interesse für uns zu beanspruchen dann werden wir nie viel gutes und aufrichtige freunde freunde haben sondern freunde wirkliche freunde schafft man sich nicht auf diese weise der psychologe alfred adler schrieb der mensch der sich für seine mit menschen interessiert hat im leben die meisten schwierigkeiten und fügt anderen am meisten schaden zu solche menschen sind die ursache allen menschlichen elends also menschen die sich nicht für ihre mit menschen interessieren und lesen wir noch auf seite 91 wenn wir Freunde gewinnen wollen dann müssen wir für die anderen etwas tun etwas das von uns Zeit Mühe Selbstlosigkeit und Aufmerksamkeit fordert wenn wir Freunde gewinnen wollen dann müssen wir die Menschen mit Freude und Begeisterung begrüßen nun ich muss also aus mir selber aus meiner Komfortzone herauskommen und den Menschen nicht von mir selber erzählen sondern ihnen zuhören also der Lernfaktor hier vom ersten Punkt wäre interessiere dich aufrichtig für den anderen und rede nicht nur von dir zweiter Lernfaktor der erste Eindruck zählt ja wie begegne ich Menschen am Anfang eines Gesprächs wenn ich sie noch nicht kenne und zwar am besten mit einem Lächeln jeder der lächelt und ich spreche hier von einem wirklichen Lächeln vom herzenswärmenden Lächeln das von innen kommt von jedem der Lächeln das einen hohen Mark Wert hat der wird nicht abgelehnt und dann haben wir noch Seite 100 es muss ihnen Vergnügen bereiten Menschen zu begegnen wenn sie wollen dass dieser Mensch gerne in ihrer Gesellschaft ist kennt ihr das wenn ihr jemanden habt und ihr seid schlecht drauf dann läuft es über der andere ist auch nicht mehr gut drauf und so ist es wichtig dass wir den Menschen freundlich begegnen Lächeln und was ist wenn wir nicht gut drauf sind und das trotzdem machen sollten nun die wirksamste Methode seine Heiderkeit zurückzugewinnen wenn man sie verloren hat besteht selbst darin sich so zu verhalten zu handeln und zu sprechen als ob man bereits wieder fröhlich wäre das heißt versetzt dich in die Situation was auf was du dich freuen kannst oder begib dich in Gedanken die schön sind und dann lächle einfach manchmal muss man einfach über seinen Schatten springen wir fassen zusammen lächeln ist ein Schlüssel zu einer Freundschaft dritter Punkt ein gutes Gedächtnis ist Gold wert und zwar geht es hier um den jungen Jim Farley und Jim Farley ist 1898 in einem Dorf in New Jersey in New York aufgewachsen und sein Vater ist gestorben und da war Jim gerade mal erst zehn Jahre alt und was Jim gemacht hat ist er in der Ziegelerei angefangen hat dort Ziegel aufgeschichtet und er konnte nie eine höhere Schule besuchen und im Alter von 46 Jahren er hat sich dann für Politik engagiert und er war mit jedem im Dorf gut gestellt und im Alter von 46 Jahren war er dann schon Vorsitzender des Nationalen Demokratischen Komitees und Postminister der Vereinigten Staaten und als Dale Carnegie Jim Farley gesehen hatte und ihn gefragt hatte da hat er ihm gesagt ich habe Jim Farley einmal nach dem Geheimnis seines Erfolgs gefragt und er sagte harte Arbeit worauf ich ihm entgegnete machen sie keine Witze hierauf wollte er wissen worin ich denn die Ursache seines Erfolgs vermute da sagt er meines Wissens kennen sie 10.000 Menschen beim Vornamen er gab zurück nein da irren sie sich ich kenne 50.000 Menschen beim Vornamen Scherz beiseite diese Fähigkeit hat Jim Farley geholfen Franklin die Roosevelt ins Weiße Haus zu bringen als er 1932 Roosevelt Wahlkampagne leitete was hat Jim Farley gemacht er hat Briefe geschrieben an alle Leute die er kannte und hat die Briefe mit einer persönlichen Anrede versehen und hat sie handsigniert und was war die Folge naja Roosevelt wurde als Präsident gewählt nun Jim Farley entdeckte schon früh dass der Durchschnittsmensch an seinem eigenen Namen mehr interessiert ist als an allen anderen Namen auf der Welt zusammen wer den Namen eines anderen behält und ihn immer wieder ausspricht macht dem betreffenden ein diskretes aber sehr wirkungsvolles Kompliment Nun kennt ihr das euer Name wird mit C anstelle von K geschrieben und ihr bekommt eine Karte da steht euer Name mit K drauf oder euer Name wird mit F anstelle von PH geschrieben und bekommt eine Karte da steht PH drauf wie enttäuschend und auch stellweise nervig kann das sein wenn manche Freunde oder Leute einen in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft immer noch falsch schreiben ich denke jeder kann sich damit identifizieren dass der eigene Name wichtig ist also vergessen sie nie dass für jeden Menschen sein Name das schönste und wichtigste Wort ist vierter Punkt ein guter Zuhörer ist der beste Gesellschafter nun es steckt schon in der Überschrift dass Zuhören wichtig ist und hier geht es um einen kleinen Jungen der abends seiner Mutter was erzählen möchte die Mutter legt alles beiseite wir sind auf Seite 120 und dann sagt der kleine Junge ich weiß dass du mich sehr gern hast Mama gerührt gab sie zur Antwort natürlich habe ich dich sehr gern hast du jemals daran gezweifelt nein entgegnete der Junge aber ich bin ganz sicher dass du mich gern hast denn immer wenn ich über etwas mit dir reden möchte legst du deine Arbeit beiseite und Zuhörers oft zahm eines Zuhörers der schweigt während der wütende besserwisser gift und galle spritzt also eine sanfte art ein schönes zuhören eine aufrichtige ein aufrichtiges interesse das beruhigt die menschen die schlecht drauf sind nörgeln oder kritisieren weil in wirklichkeit verlangt unser gegenüber selbst bestätigung möchte verstanden werden weiter auf seite 124 isaac markinson ein journalist der hunderte von berühmten interviews führte erklärte einmal dass viele menschen nur deshalb einen ungünstigen eindruck hinterlassen weil sie nicht aufmerksam zuhören sie sind so sehr damit beschäftigt was sie als nächstes sagen wollen dass ihre ohren taub sind berühmte menschen haben mir gestanden dass sie einen guten zuhörer mehr schätzen als einen guten redner doch die fähigkeit zuzuhören scheint seltener als jede andere positive eigenschaft wenn sie also wollen dass ihnen die menschen aus dem weg gehen hinter ihrem rücken über sie lachen oder sie gar verachten dann kann ich ihnen folgenden rat geben hören sie nie jemanden länger zu nun möchten sie aber dass man sich für sie interessiert dann interessieren sie sich erst mal für die anderen stellen sie Fragen auf die die anderen ihnen gerne antworten fordern sie sie auf von sich und ihren taten zu erzählen vierter punkt sei ein guter zuhörer sei einfach jemand der andere ermuntert von sich selber zu sprechen ich fasse mal kurz zusammen erster Punkt war interessier dich aufrichtig für andere zweiter punkt lächel dritter punkt vergess nicht den namen des anderen und vierter punkt sei ein guter zuhörer fünfter und dann auch sechster punkt fünfter punkt wie man das interesse der anderen gewinnt nun seite 127 sagt der direkte weg zum herzen eines menschen führt über jene dinge die dem betreffenden menschen besonders am herzen liegen nun es gibt einen man und die meisten kennen ihn es ist theodore roosevelt gewesen der damals als politiker und diplomat in new york lebte kam aber als cowboy vom land und er wusste immer worüber er mit den leuten sprechen sollte und wie hat er das gemacht die frage ist leicht zu beantworten wann immer roosevelt besuch erwartete setzte er sich am abend zuvor hin orientierte sich anhand von büchern über ein thema von dem er wusste dass es seinen gast besonders interessiert wie schlau theodore roosevelt hat sich hingesetzt und wusste ah ok den interessieren boote dann hat sich über boote informiert hat mit dem jenigen darüber geredet nun wenn man will dass ihm die anderen zuhören dann braucht man ein thema das den anderen interessiert sprechen sie also von dingen die den anderen interessieren sechster punkt wie man jemanden in hand und drehen gewinnt oder wie man sich da beliebt macht bei jemandem und und zwar auf seite 134 es gibt ein äußerst wichtiges gesetz im umgang mit menschen wenn wir dieses gesetz gehorchen geraten wir kaum in schwierigkeiten im gegenteil wir verschaffen uns dadurch unzählige freunde und ein immerwährendes glücksgefühl im selben augenblick jedoch da wir dieses gesetz verletzen müssen wir mit fortwährenden ärger rechnen dieses gesetz lautet bestärke den anderen immer in seinem Selbstgefühl ich habe vorher schon John Dewey zitiert dieser sagte dass die menschliche Natur nicht so sehr verlangt wie das Gefühl bedeutend zu sein William James bestätigte er schrieb das Verlangen nach Anerkennung ist zutiefst im menschlichen Wesen verwurzelt ich habe auch bereits darauf hingewiesen dass dieses Verlangen uns vom Tier unterscheidet und dass darauf überhaupt unsere ganze Zivilisation beruht Philosophen haben sich während tausenden von Jahren die Köpfe darüber zerbrochen nach welchen Prinzipien sich die Beziehungen von Mensch zu Mensch am glücklichsten gestalten lassen und alle ihre Überlegungen gipfelten in einer einzigen allgemeingültigen Lehre sie ist nicht neu sie ist sogar alt wie die Menschheit selbst Zaratustra brachte sie schon fast vor drei Jahrtausenden seinen persischen Feueranbetern bei Konfuzius verkündete sie vor zweieinhalb tausend Jahren in China Lao Tse der Begründer des Taoismus lehrte sie seinen Schülern im Tal des Han Buddha predigte sie 500 Jahre vor Christi Geburt am Ufer des Ganges die heiligen Bücher des Hindus enthielten sie schon tausend Jahre früher Jesus schließlich selber lehrte sie in den steinigen Hügeln von Judäa vor mehr als 1900 Jahren er war es der sie in einem einzigartigen Satz zusammenfasste dem vielleicht wichtigsten Satz aller Zeiten und zwar alles was ihr wollt dass euch die Leute tun das tut auch ihnen was wollen wir also richtig Anerkennung und großzügiges Lob das wollen wir von anderen und das wollen andere von uns befolgen wir also die goldene Regel und handeln wir so an den anderen wie wir auch möchten dass sie an uns handeln wann und wo die Antwort lautet jetzt und überall das heißt Anerkennung und andere Leute so behandeln wie man selbst behandelt werden möchte tragen sie also stets und ohne Vorbehalt dem Selbstbewusstsein des anderen Rechnung nun die Punkte alle sehr wichtig und alle sehr gut um sich Freunde zu machen weil da draußen halt eben nicht Selbstlosigkeit nicht eine selbstlose Einstellung also wo es nicht um mich selber geht und nicht eine immer freundliche Haltung da draußen herrscht muss ich umso mehr den Leuten Selbstlosigkeit zeigen freundliche Haltung geben und ja von Dingen reden die sie auch interessieren und der Lerneffekt den ich hier habe ist bewege dich wieder mal aus deiner Komfortzone raus in diese Löwenhöhle und nutze diese Tools die wir besprochen haben um Freunde in der Welt zu gewinnen Jesus hat es genauso gemacht Jesus hat sich zum Beispiel für die Kananiterin oder für die Frau aus Samarien interessiert hat ihr zugehört und hat sie dann zu Jüngern gemacht nun ich habe den nächsten Abschnitt zusammengezogen und zwar ist das Dienstag und Donnerstag in unserer Bibellektions Betrachtung und zwar ist das in Wahrheit die Liebe sagen oder in Wahrheit Liebe weitergeben oder in Liebe Wahrheit weitergeben wenn wir uns nämlich von Gott demütigen lassen und freundlich und höflich und weichherzig und erbarmungsvoll sein würden dann gäbe es jetzt hundert Bekehrungen zur Wahrheit wo es jetzt nur eine gibt das steht hier in der Lektion von Alan White und wir müssen mal darüber nachdenken wenn wir bloß unsere Einstellung unsere ja unser Mitgefühl auch haben würden und unsere Einstellung ändern würden dann könnten wir hunderte Leute bekehren aber jetzt gibt es dann nur einen das heißt es geht darum wie wir uns von Gott verändern lassen und auf Leute zugehen viele Leute wollen nämlich Wahrheit erstmal gar nicht hören und sagen sich nee brauchst mir nichts predigen lass mich und mein Leben so leben wie es ist und ich bin damit zufrieden aber es gibt Punkte da sollte ich die Wahrheit weitergeben und ein sehr gutes Zitat beziehungsweise ein sehr guter Abschnitt den habe ich hier online gefunden der ist von Sandler Willibald den möchte ich euch vorlesen und zwar ist überschrieben mit die gottgeschenkte Kunst in Wahrheit zu lieben schauen wir mal auf unser Ausgangsproblem da ist eine Person mir gegenüber und sie will Liebe das heißt sie will dass ich sie anerkenne wie sie ist damit meint sie ich soll sie akzeptieren wie sie sich gibt und was sie für gut hält und was sie für schlecht hält also so wie auch in den Tools die wir besprochen haben ich aber durchschaue diesen Schein der äußeren Unaufrichtigkeit ihr Fishing for Compliments also die Anerkennung die sie haben möchte und soll ich ihr dann jetzt die Wahrheit sagen oder soll ich höflich lügen gemäß der biblischen Sichtweise wenn ich sie oberflächlich betrachte dann sage ich ihr nicht die Wahrheit denn ich sage wie eitel und wie gierig und zugleich voller bestätigungsbedürfnisse diese Person ist und dann sage ich ihr nicht die ganze Wahrheit denn verborgen unter dieser doppelnden Fassade von äußerem Glanz und darunter verborgener Erbärmlichkeit ist ganz tief drin in der Person selbst die Person selbst also der Person Kern in einer ursprunghaften noch unverdorbenen Schönheit und Gutheit ihre Bedürftigkeit und ihre Sehnsucht eine ganze eine vollkommene Person zu sein in Liebe und Wahrheit eine vollkommene Person zu sein das ist das Bedürfnis eines jeden Menschen wir wollen eigentlich gut sein wenn ich das sehe und erkenne dann kann ich sie in Wahrheit auch lieben aber nur wenn ich lieben kann wenn ich sie mit den Augen eines reinen Herzens anschaue dann kann ich die Wahrheit in ihr erkennen wenn ich auf diese Weise meine Mitmenschen in Wahrheit erkenne dann kann ich unter Umständen auch etwas von jenen Hässlichkeiten aufdecken mit denen sie ihre Schönheit zudeckt das heißt ich muss sie komplett anerkennen komplett verstehen komplett mit Demut und mit Nachsicht behandeln dieser tiefen Blick der Liebe ist die Grundlage für seine Lösung er ermöglicht es mir den anderen so anzunehmen dass er sich zum besseren verändern kann denn das ist auch der Blick Gottes mit dem Gott den anderen durch mich anschaut wenn ich mich dadurch zur Verfügung stelle dass ich meinen Blick an Gottes Blick ausrichte meine Wahrheit an seiner Wahrheit ausrichte meine Liebe an seiner Liebe dann auf diese Weise offenbart sich auch Gottes Liebe in Wahrheit durch mich das ist ein Geschehen das alles andere als harmonisch ist denn auf diese Weise bricht Gott in Lebensbereiche ein die sich hermetisch von Gott abgeschlossen haben das kann Menschen aufs äußerste herausfordern es kann sie befreien aber auch zu äußerster Aggressivität treiben denn in gottfernen eingerichteten Seelen erscheint Gott zunächst als fremd und bedrohlich die tiefste Wahrheit und Schönheit in einem Menschen freizusetzen kann viel härter sein als an seinen Schwächen herum zu nörgeln denn indem sie so freigesetztes Licht erkennen dann erkennt auch der Mensch seine eigene Schwäche er muss dann sein Leben verändern und er muss dann alles daran setzen entweder dieses Licht diese Erkenntnis auszulöschen oder sogar bis zur Vernichtung zu gehen zu dem Menschen der ihm in Liebe und Wahrheit begegnet das heißt entweder der Mensch verändert sich oder er lehnt es komplett ab und wünscht dir dann auch noch den Tod nun wie so eine offenbarte Wahrheit in einem Menschen aussieht das möchte ich euch anhand eines Beispiels klar machen und zwar ist eine Geschichte von einem guten Freund von mir und die hat in der Ausbildung stattgefunden und zwar es war so ich war in der Ausbildung und ich habe jemanden kennengelernt junger Mann und mein mein Alter und er war ein sehr guter Automechaniker wir haben Ausbildung zum Automechaniker gemacht und er hat eigentlich immer das Herz auf dem Mund getragen und hat auch allen Leuten gesagt was er von ihnen hält und ich fand es gut er ist ein ehrlicher Kerl und sehr begabter Mechaniker und er hat mir eines Tages sein Motorrad verkauft auch noch günstig und ich war froh ihn zu kennen und wir haben uns in der Ausbildung einfach wirklich gut angefreundet und ja nach einer gewissen Zeit hat er mir eine Nachricht geschrieben dass er im Krankenhaus liegt ob ich vorbeikommen möchte und ich wusste über seine Familienverhältnisse ich wusste dass sein Vater Alkoholiker ist ich wusste auch dass die Eltern geschieden sind und dass er so einige Sachen hat an denen er zu knabbern hat und so bin ich ins Krankenhaus gefahren und da sagt er mir dass er einen Krebs hat im Ohr und diesen Krebs kann man nur operativ entfernen und das Problem daran ist dass es sehr nah an der Pulsschlagader liegt und dass man eine 50-50 Chance hat zu überleben und an diesem Punkt stand ich dann und habe mir gedacht entweder du sagst ihm jetzt dass er Jesus braucht und du betest mit ihm und ich wusste ganz genau dass er mit Gott nichts anfangen konnte weil er Gott auch irgendwo als Schuldigen sah für seine Familiensituation für seine Gesundheit jetzt und ich habe mir überlegt sagst du ihm jetzt was oder möchtest du aus eigensüchtigen Gründen die Freundschaft aufrechterhalten damit du dann einfach so weitermachen kannst wie bisher Spaß haben kannst mit ihm und eine gute Zeit und ich habe mich nach innerem Ringen dazu entschieden ihm anzubieten mit ihm zu beten und er ist sauer geworden und dann habe ich zu ihm noch einen draufgelegt und habe zu ihm gesagt was ist wenn du 50% nicht überlebst was ist wenn du stirbst und ich habe ihm das Paradies angeboten dass Jesus seine Sünden auch verzeihen möchte und dass er sich zu ihm bekehren sollte und wie diese 50-50 am Kreuz wo der eine war und Jesus gespottet hat und der andere gesagt hat bitte denk an mich wenn du ins Himmelreich kommst so hatte er auch diese 50-50 Chance und er hat sich für Spott entschieden und er hat mich beleidigt und hat mich raus aus diesem Krankenzimmer verwiesen und ich bin gegangen und einige Zeit später viele Jahre später müssten fast 10 Jahre gewesen sein kriege ich eine Nachricht auf meinem Telefon und ich erkenne erst mal nicht wer das ist tätowiert schreibt irgendeinen Witz und sagt ja ich wollte mal fragen wie es dir geht und ich habe dann so eine dumfe Ahnung gehabt und habe ihn gefragt ob er das ist und hat es bestätigt und hat sogar gesagt er ist bis zu meinen Eltern nach Hause gefahren um meine Telefonnummer zu bekommen und mir zu schreiben und dann packt er aus er sagt er hatte die OP damals gut überlebt und er hat sich da über mich lustig gemacht dass ich da Gott bräuchte um weiterzuleben aber dann dann hat er mit über 250 kmh auf der Autobahn einen Unfall gehabt und er lag über ein Jahr im Krankenhaus viele viele OPs viele viele Knochenbrüche und er ist auf einen Lkw hinten drauf gefahren und hat vorher den Lenker losgelassen und er hatte viel Zeit im Krankenhaus darüber nachzudenken was wäre gewesen wenn er auf diesen Lkw geprallt wäre und er ist zu einer logischen Schlussfolgerung gekommen und zwar es muss einen Gott geben es müssen Engel gewesen sein die ihm das Leben gerettet haben und er hat mir das alles am Telefon geschrieben er hat gesagt ich möchte dir mal in den Gottesdienst gehen und ich bin heilfroh dass ich damals vor zehn Jahren zu ihm gesagt habe hey es gibt eine Möglichkeit dich zu entscheiden und ich setze jetzt meine Freundschaft aufs Spiel um dir diese Wahrheit zu sagen ich denke es gibt immer einen Zeitpunkt wo man Wahrheit über am wichtigsten ist dass man die Wahrheit nur zu Freunden sagen sollte weil nur die können es dann auch verkraften und ich wünsche euch dass ihr Freunde macht mit eurem Verhalten mit der Gnade Gottes an eurer Seite und dann zur rechten Zeit diese Menschen zu Gott bringen könnt zur rechten Zeit in ihr Herz sprechen könnt Wahrheit sprechen könnt aus dem Wort Gottes heraus was die Herzen verändert unser Ziel ist nämlich nicht jeden zu bekehren unser Ziel ist es Menschen vor einer Entscheidung zu stellen wir standen auch schon vor der Entscheidung folge ich Gott weiter nach oder lasse ich es bleiben oder gebe ich mein Herz ganz Gott oder gebe ich sie erst gar nicht und Gott hat versprochen in Johannes 8 28 wenn ihr mein Wort hört und in ihm bleibt so seid ihr wahrhaftig meine Jünger ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen wie viel Freiheit haben wir schon durch Jesus bekommen wir können durch Jesu Gnade jeden Tag Entscheidungen fürs Schlechte und fürs Gute treffen und der Lerneffekt den wir hier rausnehmen ist der Löweanteil ist es eine Freundschaft aufzubauen es kostet Zeit es kostet viel wir müssen investieren aber wenn die Freundschaft aufgebaut ist dann gibt es auch einen Zeitpunkt um die Wahrheit weiterzugeben und ich wünsche euch dass ihr Freundschaften gewinnt dass ihr dem Beispiel Jesus folgt wie er Freunde sich gemacht hat und dass wir zusammen dadurch von Freundschaft zur Jüngerschaft übergehen können dass wir zu jünger machen alle Völker und wenn sie nicht jünger werden wollen dass wir sie wenigstens vor eine Entscheidung stellen können ich danke euch dass ihr eingeschaltet habt und wenn du möchtest können wir jetzt noch zusammen dafür beten dass wir wahre authentische Freundschaften in unserem Leben bilden können und erhalten können ich lade dich ein die die Hände zu falten große Gott danke von herzen dass du uns an Orte stellst die für uns herausfordernd sind wo wir uns nicht wohl fühlen wo wir aus unserer komfortzone rausgehen müssen wo wir Menschen begegnen müssen wie sie wirklich sind auch wenn uns das oft nicht gefällt danke dass du uns daran wachsen lässt dass wir den Menschen so begegnen können wie du ihnen begegnet bist danke dass die Freundschaft die wichtigste Funktion ist um Menschen zu dir zu führen danke dass du uns Freunde schenken möchtest und dass du uns dabei behilflich sein möchtest Freundschaften zu knüpfen und schenke uns auch den Mut wenn wir Freundschaften haben die Wahrheit nicht zurückzuhalten sondern mit ihnen die Wahrheit zu teilen sie darauf aufmerksam zu machen weil wir es am besten mit ihnen meinen weil du es am besten mit uns meinst ich bitte dich um Hoffnung und Beistand jetzt auch in der kommenden Zeit und ich danke dir dafür Amen ja vielen Dank dass du zugehört hast und sei doch einfach dabei wenn es wieder heißt kann statt Study hour sich auf die Lektion vorbereiten mit einem nächsten spannenden Thema herzlichen Dank und auf Wiederhören warm estos haben j 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 Vielen Dank.